Wie lange bist du wieder Ant-Man gewesen? Nicht lange. Es ist einfach passiert. Ich würde auch gern gegen Bösewichte kämpfen wie du. Naja, ich ruiniere es jedes Mal wieder. Vielleicht brauchst du nur jemanden, der auf dich aufpasst. Hi! Ein Partner. Dr. Pim, ich habe gehört, was Ihnen passiert ist. Sie haben die Quantenebene geöffnet und dieser krasse, gruselige Geist, der durch Wände geht und so, klaut ihre Ausrüstung. Und jetzt will sie die Weltherrschaft oder sowas? Unsere einzige Chance. Seid ihr beide. Ant-Man und Wasp als Team. Mir nach! Sie scheint echt krass drauf zu sein. Großartig. Hi, Champ. Wie war die Schule heute? Oh, ha, 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 ha. Warum denn so launisch? Willst du ein Glas Milch oder ein paar Kekse? Habt ihr sowas da? Ant-Man und The Wasp. Untertitelung des ZDF, 2020